Hallo ihr Lieben! Heute möchte ich euch an diesen beiden Beispielen zeigen, wie man gemischte Zahlen miteinander multiplizieren kann. Lass uns mal mit dem ersten Beispiel starten. Wir können jetzt nicht direkt mit der Multiplikation loslegen, sondern wir wandeln unsere gemischten Zahlen erstmal in Brüche um. Dazu machen wir folgendes. Hier vorne wird ein Bruch draus werden und dann werden wir das mit einem zweiten Bruch multiplizieren. Wie kriege ich jetzt so eine gemischte Zahl in einen Bruch umgewandelt? Der Nenner ist ganz einfach, der wird einfach übernommen. Also wenn hier eine 4 steht, dann werden das hier auch Viertel werden. Im Zähler, der setzt sich jetzt aus den anderen Zahlen zusammen. Und zwar haben wir hier ja zwei Ganze. Diese zwei wird mit dem Nenner multipliziert, also 2 mal 4 gerechnet. Und hinzu kommt die Zahl, die wir noch nicht benutzt haben, der Rest, nämlich hier oben im Zähler, die 3. So wandelt man immer eine gemischte Zahl in einen Bruch um. Das rechnen wir gleich aus, aber machen wir es mal mit unserem zweiten Bruch hier. Der Nenner wird übernommen. Die 3 kommt einfach hier unten rein und im Zähler wird hier multipliziert. 2 mal 3 gerechnet. Und hinzu kommt der Rest, der hier oben steht, die 2. Dann rechnen wir das Ganze mal aus. 2 mal 4 sind 8 plus 3 sind 11 und die Viertel bleiben im Nenner stehen. Und im zweiten Bruch haben wir 2 mal 3 sind 6 plus 2 sind 8 und die Drittel im Nenner. Jetzt haben wir einfach nur noch eine Multiplikation von zwei ganz normalen Brüchen. Also hier wird jetzt der Zähler mit dem Zähler multipliziert und der Nenner mit dem Nenner multipliziert. Aber seid schlau. Bevor ihr multipliziert, schaut, ob ihr kürzen könnt. Hier steht ja ein Mal dazwischen. Das heißt, wir dürfen kürzen. Also zum Beispiel geht hier die 8 und die 4. Die sind beide durch 4 teilbar. Also 8 durch 4 sind 2. 4 durch 4 ist 1. Ansonsten geht von den Zahlen her nichts, dass die irgendwie was gemeinsam hätten. Deswegen multiplizieren wir jetzt den Rest. 11 mal 2 sind 22 und 1 mal 3 sind 3. Das ist im Grunde unser Ergebnis. 22 Drittel. Aber ist euch aufgefallen, dass wir hier einen unechten Bruch stehen haben, weil der Zähler größer ist als der Nenner. Und immer wenn das der Fall ist, dass die Zahl hier oben größer ist als die hier unten, dann können wir das Ganze nochmal in diese gemischte Schreibweise umschreiben. Und das wird auch meist gefordert. Deswegen kümmern wir uns darum. Die Frage ist, wie viele Ganze stecken denn hier drin? Also wie oft passt die 3 denn in die 22 rein? In die 22, die können wir nicht durch 3 teilen, aber die 21 ist die nächst kleinere Zahl, die durch 3 teilbar ist. 21 ist ja 7 mal 3. Also 7 mal passt die 3 in die 21 rein. Das heißt, wir haben hier 7 Ganze. Und welchen Rest haben wir? Den Nenner übernehmen wir. Der ist immer einfach. Und hier im Zähler kommt dann der Rest hin. Wir sind ja nur bis 21 gelaufen, wollten aber bis zu 22 kommen. Das heißt, es ist noch ein Schritt, der fehlt. Und diese 1 kommt dann eben hier hin. Und das ist unser letztendliches Ergebnis. Und das machen wir jetzt noch im zweiten Beispiel, was ein bisschen anders aussieht. Was ist hier denn anders? Wir haben hier eine gemischte Zahl, die multipliziert werden soll mit einem echten Bruch. Keine gemischte Zahl mehr, aber das ist nichts Schlimmes. Wir wandeln unsere gemischte Zahl trotzdem in einen Bruch um. Das heißt, hier vorne wird ein Bruch draus und hier hinten diese 1 Siebtel, die müssen wir ja gar nicht umwandeln. Das ist ja schon ein echter Bruch. Also die Zahl im Zähler ist kleiner als der Nenner. Deswegen können wir die 1 Siebtel einfach so stehen lassen. Aber hier vorne wandeln wir das um. Wir haben gelernt. Die 5 bleibt einfach im Nenner stehen und ansonsten wird die 8 multipliziert mit der 5 und dann kommt der Rest hier oben noch dazu. Dann rechnen wir das mal aus. 8 mal 5 sind 40 plus 2 sind 42. Fünftel haben wir hier vorne und die 1 Siebtel hier hinten. Jetzt werden einfach zwei Brüche miteinander multipliziert. Aber denkt ans Kürzen, macht es euch leichter. Die 42 ist nämlich durch 7 teilbar. 42 durch 7 sind 6. 7 durch 7 sind 1. Ansonsten geht da nichts mehr mit den Zahlen. Jetzt können wir multiplizieren. 6 mal 1 sind 6. 5 mal 1 sind 5. Und wir haben unser Ergebnis allerdings wieder einen unechten Bruch. Die Zahl im Zähler ist größer. Das heißt, wir können das nochmal in eine gemischte Schreibweise umschreiben. Wie oft passt die 5 in die 6 rein? Nur einmal. Und welchen Rest haben wir dann? Die fünfte werden übernommen. Das ist immer das Praktische an dem Ganzen. Was kommt hier oben hin? Wir haben ja nur bis zu 5 gerechnet. 1 mal 5 sind 5, haben wir gesagt. Dass die nur einmal reinpasst. Wir wollten aber bis zu 6 kommen. Das heißt, ein Schritt fehlt hier in dem Fall. Und das ist dann unser Ergebnis. Dann hoffe ich, dass es euch geholfen hat. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten habt noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut! Und wir sehen uns beim nächsten Video.